Christusfest im Kaisersom in Frankfurt. Gemeinsam haben die evangelische Kirche in Hessen und Nassau und unter anderem die Bistümer Limburg und Mainz an das 500. Jahr der Reformation erinnert. Das Christusfest rückt das Gemeinsame in den Vordergrund. Jesus Christus, die Bibel, die Botschaft. Wir feiern ein Christusfest, feiern ganz bewusst den Blick auf Jesus Christus. Wir schauen auf Bibel und ich denke, das haben wir als Katholiken durchaus auch von der evangelischen Kirche gelernt, dass wir auf die Mitte unserer Botschaft schauen. Das ist die Zuwendung Gottes in Jesus Christus, die sich in der Heiligen Schrift niederschlägt. Es müssen Reformen her, fordert deshalb die Bewegung Hashtag Out in Church. Sie hat Anfang der Woche eine Kampagne gestartet für eine Kirche ohne Angst. In einer beispiellosen Aktion haben sich 125 Beschäftigte der katholischen Kirche in Deutschland als Queer geoutet. Justizminister Buschmann von der FDP sagte, auch die Kirche als zweitgrößter Arbeitgeber des Landes müsse dem Diskriminierungsverbot Rechnung tragen. Ich bin Jesus begegnet bei den Freikirchern, bei den Orthodoxen, bei den Evangelischen und in meiner eigenen Kirche, der Katholischen. Und das Zweite, ich habe erlebt, dass es überall in all diesen Kirchen authentische Liebhaber Jesu gibt und ganz normale durchschnittliche Sünder. Überall wird nur mit Wasser gekocht und Arroganz können wir nicht brauchen. Warum ich katholisch bin? Hey, ich bin in der katholischen Kirche aufgebracht worden, habe dort Jesus erfahren. Ich habe gar keinen Grund, was anderes zu werden. Ich liebe Jesus. Meine Grundlage ist die Heilige Schrift der Glaube an Jesus und ich finde all das in der katholischen Kirche. Die falsche Gottheit, die die Katholiken verehren, ist als Himmelskönigin bekannt. Tatsächlich habe ich katholische Kirchen gesehen, die als Kirche der Himmelskönigin bekannt sind. Ich habe einen Friedhof gesehen, auf dem Königin des Himmels Friedhof stand, das war hier in Phoenix. Ich habe viele katholische Einrichtungen gesehen, die Himmelskönigin im Namen trugen, obwohl die Bibel nur eines über die sogenannte Himmelskönigin sagt, nämlich, dass sie eine falsche Gottheit ist, die die Heiden anbeten. Etwas, das die Ägypter oder die Babylonier anbeten würden. Und nicht das Volk Gottes. Auch in heutigen Indien wird die Himmelskönigin in Südindien verehrt. Es gibt riesige Götzenbilder einer weiblichen Götten, die großen Muttergötten. Diese Götten wird auf der ganzen Welt verehrt und hat sich heute durch die New Age Bewegung in die USA eingeschlichen. Die Verehrung von Mutter Erde und Gaia und etwas ähnliches. Wir sehen ja, als würde sie die Himmelskönigin anbeten. Sie räuchern ihr, sie schütten ihr Trinkopfer aus. Und dann wird auch erwähnt, dass sie der Himmelskönigin Kuchen backen. Vers 19 ist die Rede davon, dass sie Kuchen backen für die Himmelskönigin. Guck mal, wenn du in eine römisch-katholische Kirche gehst, du nimmst an einem Weihrauchopfer für die Himmelskönigin teil. An einem Trankopfer für die Himmelskönigin. Das sogenannte Sakrament, die Eucharistie. Und ein Kuchen, die für die Himmelskönigin gebacken wird. Es ist nicht Jesus, den sie verehren. Es ist nicht der Gott der Bibel, den sie anbeten. Es ist ein anderer Jesus. Ein falscher, langhaariger Hippie-Jesus, der dich nicht durch deinen Glauben rettet, sondern durch dein Festhalten an der Kirche. Die sieben Sakramente der Kirche. Die Beichte beim Priester. Die Besprengung durch den Priester. Die Eucharistie aus der Hand des Priesters. Du gehst dorthin und vollziehst diesen Riten und Sakramente des Heidentums, die ihren Ursprung haben, bevor Jesus überhaupt auf dieser Erde war. Der Hinduismus geht zurück, bevor Jesus überhaupt auf die Erde kam. Und selbst in diesem Kapitel, hunderte von Jahren vor Jesus Christus, sehen wir die katholische Kirche im vollen Gange. Sie beten die Himmelskönigin an, Weihrauchopfer, Ruchenbacken, alles was die katholische Kirche ist, ist eine Vorsitzung dieser heidnischen Religion. Mit einem christlichen Aufkleber darauf. Als Christentum neu verpackt. Vielleicht sagst du nein, Pastor Anderson, das ist das wahre Christentum. Wirklich? Wenn ich zum Seelengewinnen gehe, stelle ich den Leuten diese Frage jede einzelne Woche. Bist du ein Christ? Und jede Woche von vielen Menschen bekomme ich die gleiche Antwort von vielen Menschen. Heute auch habe ich das bekommen. Nein, ich bin katholisch. Nun, wer hat diese Antwort gehört? Ja, hey, bist du ein Christ? Nein, ich bin katholisch. Fast jedes Mal sagen sie, nein, ich bin katholisch. Und das ist eine ehrliche Antwort. Denn Katholizismus ist Heidentum, es ist Aberglaube, es ist Hokus Pokus, das Mysterium Babylon, das alte Ägypten. Das ist es, was es ist, eine heidnische weibliche Gottheit. Gott lehrt uns in der Bibel niemals eine weibliche Gottheit zu verehren. Er ist Gott der Vater und Gott der Sohn. Und nein, der Heilige Geist ist nicht weiblich, sondern männlich. Er wird er, ihn, sein genannt. Diese weibliche Götten ist ein heidnischer Rückgriff, der in die katholische Kirche übernommen wurde. Vielleicht sagst du, wir beten Maria nicht an, wir verehren sie nur. Hey, du sagst tomato, ich sage tomato. Wenn du dich vor einer Statur verbeugst, ist das Anbetung. Die Bibel definiert das Verneigen vor jemandem als Anbetung. Lies die Bibel. Und nicht nur das. Maria spielt eine sehr kleine Rolle in der Bibel. Weißt du, der Herr wird etwa 8000 Mal erwähnt. Jesus wird hunderte Mal erwähnt. Maria wird in der ganzen Bibel etwa 19 Mal erwähnt. Sie wird im Koran öfter erwähnt als in der Bibel. Sie spielt keine Hauptrolle. Und wenn du die Bibel liest, ist eines der Dinge, die sie zu Jesus sagt oder sie über Jesus sagt, was auch immer er dir sagt, das tue. Und als sie versucht, Jesus zu sagen, was er tun soll, sagt er zu ihr, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und dann tritt sie zurück und sagt, hey, was immer er dir sagt, tue es. Es gab jemanden, der versucht hat, in Maria in Gegenwart Jesus zu verehren. Und sie versuchen nicht, Maria anzubeten, sie versuchen nur, sie zu verehren. Im Lukas-Evangelium kommt jemand zu Jesus und sagt, glückselig ist der Leib, der dich getragen hat und die Brüste, die du gesogen hast. Und das ist ein Katholik. Und weißt du, was Jesus sagt zu ihr? Ja, es sind viel mehr die, die Gotteswirt hören und bewahren. Viel mehr! Bist du glückselig? Ich bin gesegneter als Maria, solange ich das Wort Gottes höre und es tue. Und einmal wollte Maria eine Predigt von Jesus unterbrechen. Und sie taucht mit seinen Brüdern auf. Und jemand klopft ihm auf die Schulter, während er spricht. Während der Predigt sagt jemand, siehe deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Und er antwortete, oh, lass mich alles fallen. Die Mutter Gottes ist da, laut den Katholiken. Nun weißt du, was er wirklich gesagt hat? Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach, seht da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Hey, wenn es hier eine Dame gibt, eine ältere Dame, die den Willen Gottes tut, dann bist du seine Mutter. Du bist genauso seine Mutter, wie Maria es war. Sollten wir dann dich verehren? Lass uns eine Statue von dir aufstellen. Und wir wissen nicht, wie Maria aussah. Nur irgendeine weiße Frauenstatue. Es ergibt keinen Sinn, es ist nicht biblisch. Immer und immer wieder sagt uns die Bibel, dass wir Maria nicht anbeten oder gar verehren sollen. Ja, aber der Engel sagte, dass sie unter den Frauen gesegnet ist. Okay. Nun, Jael wurde gesagt, dass sie über den Frauen gesegnet sei. Sollten wir Jael verehren? In der Bibel gibt es eine Frau namens Jael. Und sie war über den Frauen gesegnet. Maria war unter den Frauen gesegnet. Nichts in diesem Buch deutet auch nur annähernd auf die Anbetung Marias hin. Doch wenn wir von hier in die Stadt Guadalupe fahren würden, hätte ein Haus nach dem anderen eine Statue und einen Schrein für Maria. Sieht genauso aus wie in Indien, wo sie einen kleinen Schrein und ein kleines Idol und Weihrauch haben. Sieht ähnlich aus. Und die Hindu schauen sich das an und weißt du, was sie sagen? Sie kopieren uns, wir sind die älteste Religion. Das ist, was sie sagen. Und wenn du ihnen das Evangelium gibst, sagen sie, wir sind die älteste Religion. Ihr habt von uns kopiert. Weil die Katholiken das Zeugnis haben. Sie die Hindus kopiert haben, buchstäblich. Sie haben die Buddhisten kopiert, die Heiden kopiert. Oh, warum alle Hindus prallen, wie alt ihre Religion ist? Weil sie bis zum Turm von Babel zurückreicht. Weil sie geht auf den Teufel zurück. Und den Teufel gibt er schon seit dem Garten Eden. Deshalb ist sie so alt. Aber die katholische Kirche verpackte diese heidnischen Traditionen, die wir überall auf der Welt finden, neu. Nicht nur in den Indien, sondern überall. Und sie gibt ihnen ein christliches Etikett. Und es ist eine Mischung aus Christentum und Heidentum. Und wenn man das vermischt, was göttlich ist, mit dem, was heidnisch ist, kriegt man, was ungerecht ist, weil man Gerechtigkeit nicht mit Heidentum vermischen kann. Man kann die beiden nicht mischen. Denn sobald man sie vermischt, ist das nicht mehr gerecht, nicht mehr göttlich. Und ich werde im Detail auf alle Prozesse und alles eingehen, was sie in der Inquisition taten. Ich werde es heute deutlich erzählen. Aber, ich sage dir, das sind die haarsträubendsten, bösartigsten, satanischsten, widerlichsten Taten, die Menschen, die Geschichte der Menschheit begangen haben. Die Barbarei, die Grausamkeit, die Sadistische, Schlechtigkeit der römisch-katholischen Kirche ist einfach unbegreiflich. Und doch denken die Menschen, dass dies eine gottgefällige Religion ist. Und auch die Baptisten sagen manchmal, oh, weißt du was? Es gibt eine Menge Katholiken, die Christen sind. Sie sind immer noch Christen, sie liegen nur in einigen Dingen daneben. Ich war in einer Baptistengemeinde, in der der Kindergottesdienstlehrer sagte, dass die Kirche während der Reformation so korrupt war, dass viele der Päpste nicht einmal gerettet waren. Und meine Mutti konnte es nicht glauben, wollte sich nicht zu Wort melden oder so. Sie ist nicht der Typ, der sich ständig zu Wort meldet oder so. Sie schweigt in der Gemeinde und so weiter. Aber sie fühlte sich gezwungen, aufzustehen und zu sagen, willst du damit sagen, dass es jemals einen Papst gab, der gerettet war? Und der Kindergottesdienstlehrer sagte, ja, natürlich. Warum nicht? Er sagte, ich glaube, der Papst, den wir jetzt haben, wir, der Papst, den wir jetzt haben, ist gerettet. Und meinte damit Johannes Paul II., der gerade in der Hölle schmort. Johannes Paul ist in der Hölle! Und wie kannst du es wagen zu sagen? Er ist genau dort mit Mutter Theresa. Und weißt du was? Vielleicht sagst du, ich bin beleidigt, ich mach los. Dann geh zurück zur katholischen Mutterhurekirche. Die betrunken ist vom Blut der Heiligen und betrunken von der Möthüren Jesu, die wahre Gläubige ermordet, getötet und gefoltert hat. Und Ketzer und Juden und alle anderen. Alles Blut auf der Erde von allen möglichen Leuten vergossen wurde, aber auch biblischen Christen. Du hast die Frechheit, beleidigt zu sein, wenn ich dir sage, dass der Führer dieser Sekte in der Hölle ist. Er brennt. Alle, die auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden, haben vielleicht nur ein paar Minuten oder ein paar Stunden gelitten. Aber Johannes Paul wird in die Hölle schmoren für alle Ewigkeit mit jedem letzten katholischen Papst vor ihm. Sie alle, jeder Bischof dieser verdammenswerten bösen Kirche von Rom ist in der Hölle der untersten Hölle und wird es für alle Ewigkeit sein. Und wir brauchen heute Predigten gegen die römisch-katholische Kirche. Sie sind böse, müderisch, die Hände triefen vor Blut, dunkle Orte voller Pädophilie und kranken Träger der Homosexualität. Diese Klöster sind wie ein queer Badehaus. Und jemand muss darauf hinweisen, dass der Name unseres Elöses seit 2000 Jahren in den Dreck gezogen wird. Und sie machen Ausreden dafür und tun so, als sei es nicht so schlimm. Es ist böse. Es hat nichts mit Christentum zu tun. Es ist eine heidnische Hokuspokus-Religion, die besingt, Weg zum Himmel verdienen, baut uns einen Turm, damit wir den Himmel erreichen. Ich habe überhaupt nichts mit dieser Schlampe, der katholischen Kirche zu tun. Schmutziger als jede buchstäbliche Hure, die jemals durch die Straßen eines Rotlichtviertels gelaufen ist. Mit so viel Schmuck und Ornamenten geschmückt, als die schrillste Frau der Nacht ist die böse römisch-katholische Kirche. Und guck mal, vielleicht sagst du ich hasse sie. Nein, das ist falsch. Ich hasse den Papst und ich hasse die katholische Kirche. Mühen sie alle in die Hölle schmoren, die diese böse Religion geschaffen haben. Aber ich hasse die Katholiken nicht. Ich liebe die Katholiken, deshalb sage ich ihnen die Wahrheit. Über diesen satanischen Geistlichen, der versucht, sie in die Hölle zu führen. Mit diesem heidnischen Hokus-Pokus und Aberglauben. Wenn du die Katholiken liebst, wirst du ihnen die Wahrheit sagen, dass es innerhalb der katholischen Kirche keine Erlösung gibt. Die es gibt keine Erlösung innerhalb der katholischen Kirche. Keines! Wenn du in den Himmel kommen willst, musst du die römisch-katholischen Kirche ablehnen. Und wenn du an die römisch-katholische Kirche glaubst, reißt du die Pfoten der Hölle weit aus. Der Rosenkranz und das Ave Maria werden dich in die Hölle schicken. Es gibt keinen Vermittler zwischen Gott und den Menschen außer den Menschen Jesus.